Hallo und willkommen zurück zu Schönenjahres Let's Plays und einem neuen Let's Test angespielt zu dem Spiel Monster Train. Ich habe gerade einen Key vom Publisher bekommen und weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig worum es geht. Ich glaube es ist eine Art Kartenspiel, aber irgendwas habe ich auch mit Rouge-like gelesen, also I don't know. Mal wieder ein Blind. Willkommen in der Hölle, du hast wertvolle Fracht an Bord, den letzten Splitter der Höllenglut, mit dem in den Tiefen der Hölle das Höllenfeuer neu entzündet werden kann. Eindringlinge aus dem Himmel, die Geflügelten, werden alles tun, um dich daran zu hindern, das Ende deiner Reise zu erreichen. Triff die richtigen Entscheidungen und versammle deine Monsterschar, wenn du dein Ziel erreichen willst. Viel Glück, Höllenbrot. Himmlischer Priester Diese Jünger haben sich dem Himmel verschrieben. Sie werden versuchen, die Lebenskraft ihrer Mitstreiter wiederherzustellen. Okay, das sieht lustig aus und wir sind scheinbar unterwegs. Beschütze deine Höllenglut. Dies ist deine Höllenglut. Wenn sie durch die Angriffe deiner Gegner zu Fischana leidet, ist die Reise zu Ende. Und es gibt mehrere Etage. Gegner sind in deinen Zug eingedrungen. Gegner betreten den Zug auf der unteren Ebene und steigen jeden Zug eine Ebene auf. Wenn sie oben ankommen, greifen sie die Höllenglut an. Mhm. Rufe Einheiten, um deinen Zug zu verteidigen. Du kannst jede Einheit nur einmal pro Kampf spielen. So, aber was hier was ist? Der hat 25 Leben oder was heißt das? Zwei Angriff und das ist Unterstützen oder was ist das? Keine Ahnung. Multischlag. Zwei Mal Sechs. Jeden Zug ein weiteres Mal an. Zugbegleiter. In den Kartenhäusern, wo du redest du? Nächsten Zug ziehst du fünf Karten. Im nächsten Zug erhältst du plus drei Mana. Jede Ebene des Zuges hat eine bestimmte Kapazität. Die Anzahl an Symbolen auf der jeweiligen Karte zeigt an, wie viel Platz eine Einheit einnehmen wird. Ah, okay. Und das als Mauer, damit der da noch kämpfen kann. So, und das mache ich mal, damit der da hinten noch weg ist. Und damit würde ich sagen... Zug beenden. Okay, die anderen Karten schmeißt er weg. Und es hat geklappt. Er hat den als Mauer angegriffen und dann hat der hintere zweimal angreifen können. Das ist eigentlich eine schöne Mauer, muss ich sagen. So, er macht fünf Schaden, der hält acht aus. Wenn ich jetzt zweimal zaubere, ist der obere weg. Wieder her, wende eine Regeneration an. Pro Gesundheit. Ah, der heilt fünf. Das ist also das Grüne. So, dann heile ich mal meine Mauer. Wobei, der Gegner ist momentan oben. Dann bereite ich mal vor, falls einer durchkommt. Uh, okay, das ist der Boss. Besiege den Boss, um den Kampf zu gewinnen. Durch seine unerbittliche Fähigkeit endet der Kampf in diesem Raum erst, wenn einer von euch geschlagen ist. Aha, okay. Nichtsdestotrotz, durch seine Heilung da oben nervt das ein bisschen. Okay. Achso, ist das gemeint. Ah, verstehe. Tschüssi. Frühjahr überlebender Erfolg bekommen. So, Kampfgewand plus tausend. Zug zwei Bosssturm plus zwanzig Prozent. Münzen, ein Stammespack und ein Nebenstammpack. Lass eine Einheit aufsteigen. Wähle eine Karte. Aha. Das ist ein Monster. Wenn ihr drei Wut auf verbindete Einheiten an Wut. Wird jeden Zug reduziert, also Angriff hoch. Beim Ausspielen aufsteigen. Achso, dann geht sie nach oben. Für Gegner schon ein Einheiten zweimal Schaden zu. Gegnerisch Händen. Plural. Deine gesamte Verleihung gut ist eigentlich. Je mehr du bezahlst, desto stärker ist der Effekt. Nur eine Ebene, aber nur Gegner. So, aber ich glaube, ich nehme den. So, und wir kriegen noch was. Mit plus vier. Wenn der Dorn dann. Mit Dorn Angriff hat, nimmt der Gegner Schaden. Okay, ich stelle mal eine von zehn wieder her. Fünf Schaden waren gehalten worden. Bring diese Einheit nach vorne. Aha. Ich mache mal das. So, und jetzt gibt es zwei Wege, oder was? Schmiede einen Zauber, um neue Kräfte zu erhalten. Schmiede eine Einheit, um neue Kräfte zu erhalten. Aha. Karte verbannen. Verbessere deine Einheit. Verbessere deine Einheit mit plus zehn. Das klingt ja richtig viel. Mit eins Multischlag. Ich drücke ein weiteres mal an. Und geleben auch dazu. Ah, okay. Und es gibt mehrere Updates, die man haben kann, wie es scheint. Bam. Das ist jetzt eine richtig starke Mauer. Okay. Klingt interessant. Banner der Erweckten. Zweimal Multischlag. Auf jeden Zug ein weiteres an. Dreimal drei. Okay. Erhalte 60 maximale Gesundheit dazu. Maximale. Auf sich selbst, oder was? Oder auf mein Herz. Erhindert geheilt wird. Auch bei voller Gesundheit. Ne, ich glaube, ich mache mal das. Achso. Ich musste mich also einfach nur... Zwei Unterstützung. Und dann geht es zum nächsten Kampf. Stachelige Jünger. Bei diesem Stacheligen Gegner sind direkte Angriffe schmerzhafter als sonst. Mit Zaubern von weitem kannst du kämpfen, ohne deine Einheiten zu opfern. So, der hat jetzt Dornen. Und eine Rüstung. Ich glaube, der Rüstung blockt einen Schadenspunkt und wird dann entfernt. Ein Bonus. Verleiht Dornen. Das heißt, der da soll eigentlich sterben. Der macht keinen Schaden. Das heißt... Der steht erstmal safe. Ah, wie viel ich kriege. Okay, wie viel ausgeteilt wird. So, wenn ich jetzt so mache... Hat er keinen Dornen mehr. Und ich kriege keinen Schaden. So, Multischlag. Ich kann hier keinen weiteren hinstellen wahrscheinlich. Aber ein Multischlag-Typ wird wahrscheinlich nicht lange überleben. So, das lohnt zwar nicht, aber da das Mana sowieso verschwendet wird, glaube ich, hat er wenigstens Regeneration. So, und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das ganz schön laut ist. So, hier kann ich auf die Karte gucken. Aha, das ist ja interessant. Zum gefrorenen Herzen. So, was heißt X? Alle sterben, oder was? Erstmal die Buffer weg. So, der kriegt 21 Schaden. Und das kostet 2, das ich nicht habe. Huch, der ist ja hochgelaufen. Habe ich gar nicht drauf geachtet gerade. Dadurch, dass ich im Menü war. Durch sein Schutzschild. 5. Okay, der würde jetzt sterben. Das sieht eigentlich gut aus. Und die haben keinen Schaden. Kobold durch Erfolg bekommen, dadurch, dass ich den hingepackt habe. Der andere stirbt nächste Runde. Okay. Und das ist schon die Boss-Runde. Und da ist mein richtig guter. Den würde ich eigentlich gerne austauschen, aber das geht nicht. Dann packe ich den nach oben. Aber vorher muss der weg. Der macht 7 Schaden. Der hält 6 aus. Das heißt, der stirbt instant. Und die Runde ist erst vorbei, wenn Dings passiert. Das heißt, der ist mein Schild. Und der kämpft dann. Die sterben alle, heißt das wahrscheinlich. Der greift sogar zuerst an. Die gemeine ist das denn. Und wieder 2 Karten. Und wieder 2 Karten. So, was von Seltenheit habe ich aber noch nicht gesehen. 5 Rüstungen. Damit könnte ich den einen mit Doppelschlag verstärken. Wende 15 Rüstungen auf die vordere verbündete Einheit an. Und das ist eine Kreatur. Eigentlich ganz nett. Mit plus 3. Was ist der Unterschied? Achso, hier ist Leben drauf und da ist Dorn und dafür aber eins teurer. Regeneration. Ich glaube, mache ich es so. So, was haben wir hier? Zeuge eine Kopie einer Karte, die nicht dein Champion ist. Kreis, Überreste des Sandsturms. Seraph, okay. Mein Champion. Wer oder was ist denn mein Champion? Der bestimmt. Aber damit könnte ich mir eine Kopie von dem hier holen. 20 Gesundheit brauche ich nicht. Hier kriege ich ein Artefakt. Interessante Dinge. Okay. Dann nehmen wir mal den Weg. Einheiten kosten 2 weniger. Das ist ja richtig gut. Mal gucken, ob die da noch 0 kosten. Bestimmt. Wenn 3 Schwindel auf Gegner der Einheit nennen, die sich außerhalb der Aufstiegsphase zwischen den ihm bewegen. Überspringt den nächsten Angriff. Damit könnte man den Boss... Aber ich nehme trotzdem das. So, und was haben wir hier? Ha, krass. Die kosten jetzt 0. 5 Rüstungen. 3 Mal so viel Schaden wie der. Nach dem Kampf ausgelöst. Also verrechnen ist ein Todesröcheln. Wird nach dem Kampf ausgelöst. Pro Zug, oder was heißt das? Der hat super wenig Leben, aber dafür super viel Schaden. Ich glaube, ich nehme den. Wenn ich den nicht in die vordere Reihe packe, lebt er ja auch was. So, was hier? Eine Spalte im Eis zwingt den Knochenrüttler zum Anhalten. Du hast solche Spalten schon gesehen. Oftmals konntest du dort durch uralte magische Kräfte deine Reihen verstärken. Aber diese hier ist instabil. Wenn du hier etwas in die Glätterspalte wirfst, könnte das ungewöhnliche Nebeneffekte haben. Die Energie einfach aus sicherer Entfernung aufzunehmen, könnte eher die erwartete Wirkung haben. Aus sicherer Fährnung, kopiere eine Karte fünfmal? Das ist doch mal richtig krass. Aber was ist der Nachteil? So, meinen Prinzen kann ich nicht. Und wie wir sehen können, alle meine Monster kosten null. Das ist also richtig geil. Wenn ich den mache, habe ich ein ultra starkes Monster, was auch viel aushält. Weniger Schaden als er, aber deutlich mehr Leben. Dein Tribut sinkt in die Spalte. Dann folgt ein gleißender Lichtblitz. Dann nichts. Die Spalte schließe ich. Auf der Oberfläche bleiben mehrere Kopien deines Tributs zurück. Die Spalte ist instabil, aber mächtig. Was ist denn mein Tribut? Daedalus. Das klingt nach was Besonderem. Schwer gepanzerte Kreaturen beschützen diesen ehemaligen Professor, dessen Mission es ist, Seraph und die Geflügelten zu verteidigen. Panzersieger, konstruiere Bomben, kommen mit Schadensschild ins Spiel. Neutralisiere die nächste Schadensquelle. Aha. Konstruierte Bomben, kommen mit Schadensschild ins Spiel. Daedalus ist der bisher stärkste Boss. Er kann sich frei zwischen den Ebenen bewegen und ist aber angreifernd, wenn du die Gegner der jeweiligen Ebenen besiegst. Ähm, okay. Pass auf die Auslöfe auf. Diese Bombe hat eine ausgelöste Fähigkeit. Sie explodiert in diesem Zug und verursacht dabei Schaden. Halte den Mauszeug über die Einheit mit dem violetten Auslösesymbol, um Details zu ihrer Fähigkeit zu sehen. Wird auslösen, wenn diese Einheit im Zug ist. Vorderen Gegner hat 10 Schaden. So, aber... Neutralisiere die nächste Schadensquelle. Also müsste ich zweimal drauf zaubern, damit ich da durchkomme. Die machen alle nicht so viel Schaden. Fange ich doch mal so an. So, wie war das? Der heilt. Und der kämpft noch. Ich muss zweimal das Schaden machen, damit die Bombe stirbt, wenn ich es richtig verstehe. So, dem gebe ich jetzt einfach mal Regeneration. Scheiße. Das habe ich anders gedacht. Ich dachte, ich wäre zuerst dran. Schade. Wieder so eine Bombe. Den haben wir so oft. Damit würde ich mir noch hier erstmal wieder eine neue Mauer bauen. Wut auf alle. Ich habe schon wieder vergessen, was Wut macht. Ach ja, Damage hoch. Damit macht der jetzt 9x3. Das ist natürlich auch böse. So, um das unten hinzumachen. Ich glaube... 13x3. Dornen. Okay, dann mache ich mal so. Wobei, warte mal. Der ist ganz oben. Ich hätte ihn eigentlich sonst nach unten gepackt, aber so können sie ihn angreifen. Okay, was ist das da? Verzauberung. Plus ein Angriff. Okay. Aber da mache ich gerade nichts auf der Ebene. Dann würde ich sagen... Der hat ein bisschen Schaden bekommen. Mache ich doch mal so. Der würde stärker werden, aber meiner hat noch... genug Leben. Jetzt hat er kein Schadenschild mehr. Aber er wird trotzdem angreifen wahrscheinlich. Hm. Aber ich habe ihn ja trotzdem geheilt damit. Plus 3. Nein. Uh. Noch sowas. Oh, vier Sachen sind da jetzt. Auf die vordere verbündete Einheit ein. Und wieder der, der bei Zauber irgendwas macht. Ich hätte zwei Zauber. Damit könnte ich die Bombe zerstören. Ich könnte auch noch eine dritte Kreatur beschwören. Die Frage ist... Ach nee, das geht ja gar nicht, weil die sind zu teuer. Das heißt, ich könnte den hier unten machen. Damit hat der 15 Rüstung. So. Den kann ich nicht machen. Könnte den verstärken. Könnte den heilen. Der kriegt, glaube ich, durch ihn gar keinen Schaden. So. Die Frage ist... Zauber ich zweimal, dann wird der stärker. Der erste stirbt auf jeden Fall. Wenn ich zweimal zauberere, könnte ich das Schild zerstören. Und damit hat sich der Schaden halbiert. Okay. Kann man denn eine Einheit auch verbannen? Merke ich irgendwie nicht, dass das geht. So. Der da vorne wird jetzt definitiv sterben. Der zweite dadurch auch. Wen heile ich? Am besten den ganz oben. Mehr kann ich nicht machen. Der wird sterben. Aber hier wird jetzt Fett-Damage kommen. Letzte Welle. Okay. Ich kann hier gerade nichts machen. Außer vielleicht heilen. Ist das jetzt Regeneration 2 geworden? Ja. So. Und weil wir hier noch Platz haben, würde ich das sagen... Huch an den... Oh, zum Glück hatte ich gar nicht mehr gedacht. Geschafft. Diesmal in der untersten Ebene. Dadurch kriegen wir dafür mehr Bonus. Höhle jetzt überfordern. Hm, Fett-Zut-Punkte. So. Und seltenes Pack bekommen. Einheit ziehen. Ziehe eine Einheit deines Haupt- oder Nebenstamms. Ziehe. Was heißt ziehe? Eine starke Verbesserung. Okay. Seltenes Pack erstmal. verbraucher kann nur einmal pro kampf ausgespielt werden ziehe eine einheit und verbessere sie mit plus 20 20 und für null gut null kosten sowieso alle füge der obersten gegnerischen einheit 15 mal so viel schaden zu wie kobold einheiten in deinem deck sind also 30 das wäre also ein instant kill für manche zwei wut und zweimal wut und zweimal rüstung für x ach so das heißt sechs mal wut und sechs mal rüstung auf alle ich glaube das ist irgendwie am coolsten hier so einheit ziehen was so heißt einfach nur nicht ich ziehe eine kreatur entdecken quasi so die ist natürlich geil wenn die eine fette verbesserung kriegt wie mit eben gezogen plus 20 dann würde die drei mal 23 schaden machen das mache ich auch darauf pokere ich jetzt mal so und was ist das pro zug ein märme aner sie jeden zug eine zusätzliche karte ich glaube das würde ich machen weil meine karten sind zu günstig ich kann momentan alles spielen eine karte mehr heißt ich könnte was weiteres spielen ein weiteres monster auf jeder ebene wäre dadurch möglich ist natürlich auch praktisch nur das links lohnt nicht und das herz wird auch verstärkt jeden zug eine zusätzliche karte oder lieber ein weiteres monster spielen wenn das lohnt erst zum late game wenn ich allerdings habe das kommt davon habe ich auch im early game schon war so nächste ebene und was sagt die zeit 24 minuten na dann machen wir erst mal einen break